Wir sind hier im Studio Red Roof Loft Sound und ich habe hier gerade meine Gibson Les Paul, die Goldtop hier von 1973 in der Hand und spiele hier ein bisschen was rum und doodle so ein bisschen und und nebenbei sitzt unten der Matt, mein Studiopartner und nimmt das Ganze auf und versucht daraus Musik zu machen. Und das ist natürlich nicht nur Gitarre, was wir aufnehmen, sondern alle Arten von Musik nehmen wir hier auf und ja, ein Teil ist natürlich halt Rockmusik, ist ein starker Teil hier und da geht es natürlich viel um krachende Gitarren, aber wir nehmen halt auch klassische Musik auf und Hip-Hop und ja, quer durch eigentlich alles. Die Musikkompetenz der Kampschultes geht bis ins Jahr 1924 zurück, als der Großvater von Markus Kampschulte in Neheim eines der ersten Rundfunkgeschäfte Deutschlands eröffnete. In den 70er Jahren übernahm dann der Vater das Geschäft. Willi Kampschulte war deutschlandweit einer der ersten Hi-Fi-Pioniere und galt zu Lebzeiten als lebendes Köchelverzeichnis der Hi-Fidelity. Aus dem kleinen Rundfunkladen ist in der dritten Generation das Fachgeschäft Loft Sound geworden, das Markus gemeinsam mit seinem Bruder Stefan betreibt. Ein Dorado für Hi-Fi-Fans aus nah und fern. Mit Red Roof als professionellem Tonstudio in Bad Sassendorf hat sich der 60-Jährige einen klangvollen Namen in der Branche gemacht. Hier habe ich mich in der 18. Folge von Sprechstoff mit dem Meister des Mischpuls getroffen. Wir reden über die Geheimnisse einer perfekten Musikaufnahme und wie die Brüder musikalisch durch ihre Eltern sehr unterschiedlich geprägt wurden. Mein Name ist Markus Kampschulte. Ich bin 60 Jahre alt, habe zwei Kinder und einen Enkel und einer ist unterwegs. Und ja, mein Leben besteht im Schwerpunkt aus Musik. Zum einen die produzierende Seite im Tonstudio, wo ich halt Musiker aufnehme und produziere. Und die andere Seite ist dasselbige wiederzugeben und zwar auf sehr, sehr hochwertige Art. Moin Markus. Moin. Überall Knöpfe, Schalter, Regler und jede Menge Sound. Wo sind wir hier? Wir sind hier im Tonstudio. Das ist ein Kosmos, der halt immer weniger wird, weil früher gab es ganz viele große Tonstudios. Heute gibt es ganz viele kleine, weil viele Leute halt selber zu Hause produzieren an ihrem Computer. Wie bist du zur Musikproduktion gekommen? Bist du Berufsmusiker? Als Berufsmusiker würde ich mich jetzt nicht bezeichnen, aber es ist schon mein zweiter Beruf, auf der produzierenden Seite zu sein. Ich war jahrelang mit vielen Bands auf Tour, habe zum Teil für RTL, Chartshow und verschiedene Dinge gearbeitet. Und ja, kann man so bezeichnen. Aber ich sage mal, als Berufsmusiker bin ich halt eher so auf der Seite zu sagen, ja, das sind studierte Leute. Das bin ich nicht. Bin halt totaler Autodidakt und insofern ist das so, sagen wir mal, Amateur-Halb-Profi-Bereich, so würde ich sagen. Musiker bei RTL, also du bist der Helmut Zerlet des Sauerlandes. Ja, so würde ich mich jetzt nicht bezeichnen. Also mein Instrument im Gegensatz zu Herlet, der ja die Keyboards bedient ist, Gitarre. Und ja, RTL ist mal irgendwann auf einen meiner Gigs unterwegs auf mich aufmerksam geworden und habe mich gefragt, ob ich halt eben Interesse hätte, auch mal solche Shows zu spielen. Da habe ich gesagt, ja, also wenn ich da meiner Omi im Fernsehen zuwinken kann, das findet die doch bestimmt auch ganz witzig. Und ja, da kam das zustande. Aber da hast du noch eine ganz schlechte Frisur gehabt, sehe ich in den Bildern im Archiv. Naja, mit Frisuren ist es halt eben irgendwie so, also ich bin schon jemand, der immer viel ausprobiert und checkt, was sieht gut aus. Und dann ist das halt so, dass es mir zum Teil halt immer eine Zeit lang so gefällt und dann brauche ich doch wieder einen anderen Input. Ich glaube, das macht halt auch mein Leben und auch so ein bisschen den Widder in mir aus, dass ich halt immer ständig in meinem Leben immer was Neues suche und brauche. Und da sind die Frisuren sicherlich auch Ausdruck dessen. Er sah übrigens aus wie der andere Markus mit der kleinen Taschenlampe, aber das nur am Rande. Gibt es namhafte Musiker und Musikerinnen, die hier schon zu Tonaufnahmen waren? Also ich sag mal, so die bekannteste Band, die wir bis jetzt hier hatten, ist die Band Tiamat und ist nicht jedem bekannt. Ist halt ein Genre im Rockbereich, aus den 90ern waren die sehr bekannt. Und ansonsten haben wir natürlich sehr, sehr viele Leute, die gerade im Begriff sind, bekannt zu werden, die natürlich anstreben, halt auch dahin zu kommen, wo die ganz großen Bands sind. Aber das Studio ist immer noch im Aufbau. Wir haben es vor, ich sag mal, vier Jahren richtig professionalisiert mit Equipment und aller Ausstattung, die man halt auch braucht, um die ganzen Bands und die ganz großen Bands anzuziehen. Und da wollen wir auch hin. Das ist unser erklärtes Ziel. Könntest du uns einen Einblick in deinen kreativen Prozess geben, wenn du an einem neuen Projekt arbeitest? Ja, natürlich. Also wir machen das ja zu zweit, der Matt und ich, das ist mein Studiopartner. Und wir gucken uns natürlich genau die Bands an oder die Künstler im Vorfeld, die wir da produzieren, um einmal zu sehen, auf welchem Level arbeiten die überhaupt. Also wenn man die halt vorher noch nicht kannte. Wir gucken uns Gigs an, wir gucken uns Proben an. Wir schauen, welche Skills sind da, um zu sehen, wie arbeiten wir mit denen. Was unterscheidet denn das Tonstudio Red Roof von anderen Studios? Es ist natürlich zum einen die Location hier in Bad Sassendorf. Also es ist halt sehr ländlich. Viele der ganz großen Studios sind ja mehr so in Berlin, Hamburg, München, Köln in den großen Städten. Das Ganze ist halt ein alter Bauernhof. Und in weiten Teilen haben wir halt eben auch so diesen Charme halt eben hier erhalten und wollten den auch erhalten. Und es ist natürlich hier eine Location, wo man wirklich ringsherum keine Ablenkung hat. Es ist wirklich ein Ort, wo man total runterkommen kann. Das ist sicherlich schon mal ein signifikanter Unterschied zu den meisten anderen Studios. Gibt es bestimmte Geräte oder Technologien, die für unverzichtbar gehalten werden, um den perfekten Sound zu erzeugen? Also unverzichtbar würde ich jetzt nicht sagen. Also wir versuchen natürlich, das Maximum daraus zu holen. Und zwar zum einen am Klang, aber auch das Maximum am Gefühl. Und also ich würde jetzt nicht sagen, dass da irgendwas unverzichtbar ist. Also unverzichtbar ist natürlich halt die Art und Weise, wie gehen wir mit den Menschen um und wie holen wir so das Maximale an Gefühl, an Emotionen aus denen raus. Da geht es auch weniger um Perfektion, sondern einfach zu gucken, was müssen wir tun, wie können wir die Menschen hier begleiten, um einfach Dinge zu schaffen, die Kunst sind. Und nicht einfach nur Musik, die auch andere Menschen berühren, wo es im Kern ja bei der Musik für uns geht. Von der Technik her ist ja mittlerweile alles digital. Die bekommen dann hinterher eine MP3 mit nach Hause. Das ist ganz unterschiedlich. Also wir arbeiten im Grunde zum Teil digital und das auf allerhöchstem Niveau, um einfach halt auch wirklich die maximale Klangqualität zu erreichen. Wir arbeiten aber auch analog. Das heißt, wir haben alte Bandmaschinen aus den 70ern, aus den 80ern, die wir ganz bewusst hier betreiben. Nicht unbedingt, weil die besser klingen, sondern weil die einfach ein ganz anderes Gefühl erzeugen, womit wir halt, also wir Älteren, noch aufgewachsen sind. Weil früher wurde ja alles analog aufgenommen bis Anfang der 80er. Und es ist halt mehr eine Gefühlssache. Wie fühlt sich das an? Genau wie Schallplatte. Wie gehst du mit Herausforderungen um, die während der Aufnahmesession auftreten könnten? Also Herausforderungen ist, glaube ich, mein zweiter Vorname in meinem ganzen Leben. Ich liebe Herausforderungen. Also ich mag es nicht, wenn es einfach ist. Ich brauche das schlichtweg. Und natürlich kommen die auch in so einer Produktion, weil die Künstler, die zeigen hier absolut ihr Inneres und ihre ganze Verletzlichkeit. Und natürlich kommt es halt eben auch da teilweise, dass jeder mal an die Grenze kommt und natürlich halt auch innerliche Konflikte auftauchen. Und gerade da wird es halt spannend. Wie gehe ich in diesen kritischen Situationen? Wie gehen wir da alle miteinander um, um da ein bestmögliches Ergebnis rauszukriegen? Und da ist natürlich sehr viel Sensibilität gefragt. Und das ist schon eine sehr, sehr große Herausforderung, weil es ist halt einfach unglaublich intim, diese Situation zwischen Produzent und Musikern. Und das ist teilweise eine sehr, sehr fragile Geschichte, wo man wirklich, wo jedes Wort halt auch wichtig ist, in welche Richtung kann das jetzt hier gehen? Klar. Aber es ist immer alles ohne Alkohol, ohne Drogen, weil es wirklich Arbeit ist und nicht irgendeine Session in der Zeit von Power Flower. Das ist ganz unterschiedlich. Also wir machen da natürlich keine Vorschriften. Es gibt Menschen, die halt, ich sag mal, nüchtern sehr gut funktionieren. Es gibt aber auch Menschen, die ihr ganzes Leben unter Drogen bestreiten, die dann auch erst in diesen Mut reinkommen. Da machen wir überhaupt gar keine Vorgaben. Wir versuchen halt hier möglichst, den Künstlern ein Zuhause zu schaffen. Die können ja auch hier übernachten. Wir haben ja auch ein Apartment. Das heißt, die müssen gar keinem in irgendein Hotel. Und alles, was jetzt dazu nötig ist, damit die halt in ihr viel kommen, ist völlig okay. Also wir judgen die Leute da nicht. Also wenn jemand sagt, okay, ich brauche zwei, drei Bier, dann kann er die trinken. Und was sie sonst so konsumieren und mitbringen, das ist im Grunde, da machen wir keine Vorschriften. Wichtig ist zu sehen, unter welchen Bedingungen funktionieren die Leute am besten, fühlen sich am wohlsten und können das Maximale ausgeben. Von daher, das ist ganz unterschiedlich. Aber die meisten, klar, die sind halt nüchtern, weil man schon merkt, dass die Präzision, wie man spielt und so, die leidet natürlich schon unter Alkohol und Drogen. Das ist so. Aber manche Musik lebt halt auch ein bisschen davon, wo ganz bewusst die Leute sich in so einen Zustand versetzen. Ganz unterschiedlich. Gibt es eine lustige Anekdote oder eine Begebenheit aus deiner Zeit im Studio? Ja, da gibt es natürlich viele. Und ich sage mal so, die besonderen Sachen in den Aufnahmen, das sind meistens Unfälle, die gar nicht geplant sind. Wir hatten eine Produktion hier mit der Band Andres Holz aus Hamm und die Idee war, dass der Sänger da so einen Schrei, so einen ziemlich langen Schrei von sich lässt. Und wir wollten den Effekt haben, dass der wie so ein Leslie sich so dreht. Und dann war natürlich die verrückte Idee, wir hängen den hier mit den Füßen an so einem Balken hier und stellen zwei Mikrofone auf, drehen den auf und dann schreit der und es dreht sich. Und da habe ich gedacht, meine Güte, wenn der jetzt von der Decke kracht, dann können wir uns hier alle einen Strick nehmen. Und haben das natürlich halt mit Sicherheitshaken und haben natürlich auch irgendwie da alle Sicherheitsbestimmungen eingehalten. Aber das ist natürlich schon eine Herausforderung kopfüber. Und wo der fertig war und auch körperlich fertig war, haben wir festgestellt, die Aufnahme ist gar nicht losgelaufen. Und wir haben erst alle gedacht, es wäre ein Gag gewesen und dann mussten wir es nochmal machen. Also das war schon außergewöhnlich. Und ja, auch für so außergewöhnliche, verrückte Ideen sind wir natürlich auch immer zu haben. Was hat sich denn in deiner Familie musikalisch durchgesetzt? Klassik vom Papa oder Rock von der Mama? Durchgesetzt kann ich gar nicht sagen. Also ich bin sehr dankbar erstmal, dass ich so aufgewachsen bin, dass meine Mutter sehr viel Janis Joplin und zum Teil Hendrix und solche Sachen gehört hat, was in der Zeit total außergewöhnlich war, weil in meiner Klasse die meisten so mit Schlagermusik und Ähnlichem konfrontiert war. Und mein Vater war sehr klassiklastig, hat Kraftwerk gehört und war da sehr offen. Und das Ganze hat, glaube ich, auch dazu geführt, dass ich ein sehr, sehr offenes Mindset habe. Aber ich höre auch Hip-Hop, ich höre auch Techno, ich höre sehr viel Jazz, was auch von meinem Vater kommt. Also dass ich sagen kann, da hat sich was durchgesetzt. Okay, meine Seele, die ist sehr schwarz. Also es ist sehr, sehr, ich sag mal soulig. Also das ist sicherlich so mein Basic irgendwie. Welche Rolle spielt die Zusammenarbeit mit Künstlern bei der Entwicklung eines Projektes? Ja gut, die Künstler sind das ein und alles. Also es geht, im Grunde geht es nur über den Künstler. Wir sind die Dienstleister, die dazu, die befähigen halt, dass sie sich wohlfühlen, dass wir das Maximale aus denen rausholen und am Ende natürlich auch aus dem gesamten Aufnahmen ein Mix und ein Mastering machen, was halt eben auch sehr hohen Ansprüchen gerecht wird. Aber wir sind im Grunde nur die Dienstleister und versuchen im Kern einfach diese Emotionen, die der ausdrücken will, halt zu transportieren. Und das ist so im Schwerpunkt unserer Aufgabe und dem Künstler kommt alle Bedeutung zu. Natürlich, es geht immer um den Künstler. Gibt es Genres, die du besonders gerne produzierst oder bist du in allen Stilrichtungen zu Hause? Also das Schöne ist, dass jede Stilrichtung eine unterschiedliche Anforderung an uns setzt irgendwie. Sowohl von der Mikrofonierung als zum Teil auch von den Menschen. Und ich mag diese Variety und mein Studiopartner Matt auch. Also wir lieben es halt mit ganz unterschiedlichen Menschen, ganz unterschiedlichen Aufnahmetechnik und auch Genres zu arbeiten. Wir haben eine Präferenz, die sich so ein bisschen ergeben hat, weil sich das da eher rumspricht. Das ist so der Rockbereich irgendwie. Aber wir haben persönlich eigentlich keinen Schwerpunkt. Das kann man nicht sagen. Wo wir uns beide ein bisschen mit schwer tun, ist Schlager. Ich will da auch die Musik überhaupt nicht diskreditieren. Aber ich habe da irgendwie so eine eigene innerliche Blockade, wo ich sage, da gibt es sicherlich Produzenten, die dem Künstler eher gerecht werden. Weil man muss die Musik auch mögen, die man da produziert. Also wenn irgendwelche Leute kommen, wo die Musik uns völlig gar nicht anspricht oder ich sage mal mit politischen Inhalten begleitet ist, die so völlig von unseren Überzeugungen abgeht. Dann sind wir natürlich auch, wo wir sagen, nee, da gibt es andere Leute, die sicherlich besser für euch geeignet sind als wir. Wir beamen uns jetzt mal in die Apothekerstraße nach Neheim-Hüsten. Da gibt es ja Loft-Sound. Erzähl mal. Ja, also das ist im Grunde so mein Ursprung. Mein Großvater hat 1924 oder 1928, ich muss nochmal genau recherchieren, angefangen, so Funk-Volksempfänger zu verkaufen. Das waren so die ersten Geräte, wo man halt eben Radio mithören konnte und hat dann halt eben einen Laden aufgebaut. Radio Kampschulte hieß das damals, der halt da über die Grenzen hinaus bekannt ist, weil es einer der wenigen Laden war, der halt Radios und Fernsehen hinterher verkauft hat. Mein Dad hat es dann in den 17 übernommen und der hatte einen starken Fokus auf Musik und hatte halt ein unglaubliches Wissen im Klassik-Bereich, konnte das ganze Köchelverzeichnis auswendig runterbeten und hat das Ganze dann weitergeführt und das Ganze dann auch in den Hi-Fi-Bereich geführt. Das fing damals an mit Braun, mit Yamaha, mit diesen ganzen Firmen und hat im Grunde immer diesen Schwerpunkt halt Musik im Laden gehabt. Auch Schallplatten waren damals ein Thema und die ersten CDs, wie die aufkamen. Und da bin ich reingewachsen. Also das war so mein erster Input, war halt eher Hi-Fi und habe damit zu tun und habe dann irgendwann Ende der 80er das übernommen. Aber du warst doch auch mal Filialleiter von irgendeiner Kette. Ja, also es gibt da eine Kette, Namen weiß ich nicht, kannst du rauspiepen, Berlet. Da war ich 14 Jahre Geschäftsführer, war mit der Tochter von dem Berlet 14 Jahre verheiratet. Und ja, das war auch eine sehr, sehr lehrreiche Zeit. Ich habe da eine ganz andere Schiene gesehen, wie es halt eben, ich sage mal, einem anderen Business so zugeht und habe aber auch irgendwann gemerkt, dass mein Fokus doch eher auf der Musik liegt und halt alles, was dazu nötig ist, das wiederzugeben. Und das war halt nur ein Part von diesem Job. Da waren viele andere Dinge bei und ich habe dann auch irgendwann gemerkt und mein Körper hat mir auch ganz klar gezeigt, hey Markus, du bist jemand, der mit Musik zu tun hat, der Leute mit Musik beglücken will und das in der möglichst maximalen Form. Und das ist halt in so einem Fachmarkt einfach nicht umzusetzen. Da geht es halt um Stückzahlen natürlich auch und um Gewinne und das ist ja auch ganz klar, bei so vielen Menschen, die davon leben, von so einem Job, da ist der Fokus natürlich erstmal, dass der Gewinn da ist. Aber ich finde, wenn es um Musik geht, klar ist das total legitim und das muss auch sein, dass wir all unser Geld damit verdienen, Musiker, Händler und jeder, der in dieser Industrie arbeitet. Aber der Fokus sollte nicht darauf sein, wie viel verdiene ich damit, sondern der Fokus sollte darauf liegen, irgendwie eine Emotion zu übertragen und dass wir auch nur Dienstleister für Mozart, Prince und alle diese Leute sind, die uns mit dieser tollen Musik bereichert haben. Es ist übrigens das Jahr 1924 gewesen. Ihr habt also jetzt 90-Jähriges. Was hat sich denn geändert? Was verkauft ihr denn heute in dem Laden in Lufthorne? Also wir verkaufen sehr hochwertige Hi-Fi-Anlagen, was jetzt nicht immer gleichzusetzen ist mit Preis, aber natürlich auch. Also ich sag mal, man kann bei uns eine Anlage von zweieinhalbtausend Euro kaufen, man kann aber im Grunde auch sagen, okay, ich investiere da jetzt eine Familienvilla. Also das ist alles möglich mit allen Abstufungen und der Fokus ist halt immer, die Musik in ihrer Natürlichkeit wiederzugeben, was jetzt nicht nur darum geht, irgendwelche Klangfreaks zufriedenzustellen, die natürlich unsere Hauptkundschaft bilden, aber es geht halt auch darum, was zu finden, was in dieser stressigen Welt allen so einen Ruhepol verschafft. Und gerade die Musikwiedergabe, wo wir einen starken Fokus drauf haben über Langspielplatte, also über das Vinyl, was ja sehr stark zurückkommt, hat halt einfach einen unglaublich beruhigenden Charakter auf unseren Organismus. Also ich würde sogar so weit gehen und das tun wir auch werbetechnisch, dass wir sagen, du kannst eigentlich, wenn du eine Stunde dich vor deine Anlage setzt und du hast eine Schallplatte, dann ist das quasi wie eine Stunde Urlaub, ohne dass du einen Koffer packen musst, ohne dass du den Stress hast, irgendwo hinzufliegen, sondern du kannst sagen, jetzt in dieser Stunde verschaffe ich mir ein Urlaubsfeeling. Auf dem Schreibtisch in eurem Laden, im Loftzaun steht ein Mikroskop. Warum? Ja, also ich hatte es gerade schon angesprochen, dadurch, dass wir viel mit Schallplatte zu tun haben und Plattenspielern und auch da natürlich auch digitale Sachen verkaufen, klar. Beides hat ja seine Daseinsberechtigung, aber man hat natürlich diese Abtaster, diese Abtastnadeln, Tonabnehmersysteme, die natürlich auch verschleißen und da ist das Mikroskop da, um zu untersuchen, ist das Ding noch tauglich, eine Platte sauber abzuspielen. Ja, wir machen auch den Service für sehr alte Plattenspieler, also seit wir in der Innenstadt von Neam sind, kommen auch sehr viele Leute zu uns, die alte Dual-Torens-Plattenspieler zu uns bringen und sagen, kann man die hier noch retten? Und dann überprüfen wir das, was ist da noch zu machen, macht es Sinn, da noch einen Tonabnehmer einzubauen und dazu ist dieses Mikroskop nötig. Prima. Bevor ich den Meister des Mischpultes jetzt in den Alltag von Sound und Tönen entlasse, ich habe meine Impulskarten mitgebracht. Die habe ich ja schon mal gemischt. Wenn du bitte eine Karte ziehst, laut vorliest und dann auch sofort antwortest. Hast du schon einmal, also hast du schon mal einen Geist gesehen? Erzähl mal. Gesehen würde ich nicht sagen, aber gespürt sicherlich schon. Ich bin da auch sehr offen irgendwie für solche Themen und kann mir schon vorstellen, dass auf unserem Planeten noch einige Seelen rumgeistern, die nicht so loslassen können. Und ich habe schon manchmal das Gefühl, ja, die umgeben mich, aber direkt gesehen, also ich kenne Menschen, die wirklich solche Wahrnehmungen haben, die ich auch sehr ernst nehme. Ich persönlich nicht. Eher Janis Joplin oder Katharina Valente? Also keinen von beiden, sondern glaube ich einfach Leute hier aus der Region, die ihren Frieden nicht gefunden haben. Aber letzten Endes, also die Erfahrung, die ich von wirklich engen Freunden gehört habe, das sind drei, die wirklich von solchen Erscheinungen berichtet haben. Also das waren keine Berühmtheiten. Das waren einfach irgendwelche Menschen, die versucht haben, Frieden zu finden. Das war deren Interpretation, so würde ich es auch sehen. Aber ich habe persönlich diese Erfahrung nicht gemacht. Aber ich denke schon, dass ich manchmal spüre, dass so in meinem Umfeld so Dinge sind, die, ja, also generell finde ich, dass in der Welt sicherlich viel mehr Dinge passieren, als dass das unser kleiner Verstand aufnimmt. Oder vielleicht auch diese Kanäle, die dazu nötig sind, vielleicht auch so ein bisschen zu sind. Das sind mal abschließende Worte. Vielen Dank für dieses Gespräch und ich verspreche dir, meine nächste CD werde ich bei euch aufnehmen, auch wenn ihr Schlager nicht mögt. Herzlichen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ja, ciao. Ich danke dir auch. Und ja, das wird eine Challenge. Das war Sprechstoff, der Podcast mit Holger Bernert.